Yo Leute, ich bin Mr. Jumpy Und wir sind auf 1.8 Jawoll Und ich merk grad, ich glaub, ich muss die Stellung herstellen Das hat man nicht gemacht Jawoll, ihr seht hier oben links Minecraft Beta ist gemacht Und ich hör schon da Zombies Alter, ich kann kotzen Achja, wir sind nicht rausgekommen Ich hab schon keinen Bock mehr Wow Ähm, was war hier? Hä? Hallo? Okay, ähm Ey Ich hör hier irgendwie Wasser Oh Ähm Ich nenn jetzt einfach mal ein Fail Achja, wenn wir jetzt drauf gehen Weil wir hier nichts zu essen haben Dann werde ich mir was cheaten Das ist wohl klar, ne? Weil Das Licht Oh, das Licht Oh Wo kommt das Licht her? Oh mein, ernst Wo kommt das Licht her? So Eisen Kommen wir hier weiter hoch? Ich glaube nicht Danke mal an der Stelle an Seacone Für Für das 1.8 Weil wir dazu voll Begast holen Und Ey Ganz ehrlich 55 Okay, also die, ähm Habe ich Steaks? Ich hab keine Steaks Okay, ich muss eben die Steuerung aufstellen Moment Einen Moment Jo, jetzt müsste alles Klappen Jawohl Oh, stopp Sticks habe ich noch Holz habe ich auch noch Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus Mein Tech-Job hier kommt noch, keine Panik Weißt du, warte, ich hab nicht geklappt Ich geh da jetzt nicht mehr runter Was ist denn? Also ne, noch weiter rein geh ich nicht, nein Nein, 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 nein Dann nämlich alle gerne mal Und hier werde ich ja sowieso auch kratzen Ja Könnt ihr mich alle mal Kurzweise Geh ich dich nochmal runter Ähm Und sorry für die Nubigkeit jetzt Aber 1.8 ist mir das komplett neu Zip, zip Lässt ihr noch, wo Boah, ich hab keinen Plan mehr Wo das Haus war und so Oh Ich mach mir jetzt ne Basin Jetzt genau hier Ja Ich mach jetzt in Workvention Kohle hab ich 4 Stück Ich mach mir da heute jetzt das Eisen Also ein bisschen so viel Eisen, wie ich bekommen kann Dann mach ich mir eine Spitzhacke Und dann Damit ich mich hier rausgraben kann Versuch jetzt so wenig Also ich versuch jetzt gar nicht so cheaten Ne, da, da Und die Kohle Ja, stopp, hier ist doch noch Kohle Ähm, zack Ja Was liegt denn so an? Achja, äh Sorry, dass ich mich so Ob ich jetzt ein Part hochgeladen hab, aber Mein Meal Life hat Ist das Sand? Das ist Sand Ich hör nicht, ich hör Wasser Sind wir hier? Ja Potsch, potsch Ich glaub ich mach mir erst eine Ein Schwert mach ich mir jetzt Damit ich auch mal ein paar Sisi den Arsch voll hauen kann Könnt mich alle mal Geht sterben Tatsache, da ist Sand Ups Ich hab jetzt Angst vor einem Lissheimdruck Moment Fackeltrick Geil Geil Leute Oberfläche Haa Ich glaub Ich nehm das alles mit Ich hab ich Ich weiß es gar nicht genau wo wir sind Also Wir müssten Pfff Ich hab keine Ahnung Ich schwirme jetzt hoch, ich hoffe ich schifte aus Ist das nicht so weit oder so? Luft holen und... Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, das wird knapp. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh kacke, oh nein. Nein, nein, was? Na? Na? Ja? Oh. Los, verbeiß dich. Oh shit. Ich kann noch rennen. Oh kacke, oh kacke. Lauf, 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 egal wohin, lauf einfach, los. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Ah, ich hab Geld? Ja. Okay, wo bin ich jetzt? Ich glaub das hier ist... Ist das Kies oder? Das ist Kies. Wir hatten doch einen riesen Kies. Nein, das ist Sand. Ja, hab ich Sand abgebaut. Kies, nein, Kies hab ich abgebaut. Dann ist... Das hier ist Sand. Das ist ein Kies. Alter, wenn ich nur... Fuck! Ähm. Ja. Nö. Und ich... Das ist Kies. Wow. Mö. Ich... Wichtig, komm. Komm, 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 los. Komm, 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 los. Komm, komm, los. Komm, komm, los. Ja, muckst du? Erfahrungspunkte und... Was? Kann wir das essen? kann man das essen? Oh, jetzt bin ich krank! Nein! Hier sind wir reingegangen! Todeshöhle! Fick dich! Stopp! Stopp! Hier ist die! Oh Gott! Nein! 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 Aber ich lebe! Alter, wie scheiße sieht das aus! Ich will mein Texture Pack wieder haben! Das sieht voll gay aus! Okay, ganz ruhig, hol die Sachen wieder! Und dann machst du jetzt das weiter, was du machen wolltest! Genau, dazu komme ich ja noch! Ui! 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 Und zwar wollte ich... Burn, du bitch! Burn! Los! Die Lampe! Bitch! Die bitch! Ich... Und wir sind in ihrem Eis, Alter! Und im Haus, gut! Nein! Oh! 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 Auch... Die Convention! Mh... die 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 das Haus nicht Mann glaube ich ja selbst nicht die Eisen haben mal gucken so es war ich bin gleich wollte ich auch machen zwar ich kann ihn und das ist ein geileres mit von arzeln 1 ich bin okay es ist so geil denn n in ein ein groß unter so gut stellen ob denn kattig einstellung die kopf nicht fahren ich mache den Faktor grafik und maxima katholischen Möhl! Jetzt muss ich mit ändern. Das sieht doch kacke aus. Moment! Bitte haben sie gelöst.